Musik Musik Ich bin hier in Chicago, der Millenium Park. Das ist eine kleine Beine, die wir sehen. Hier ist die Founders of Millennium Parc. Hier sind die Namen der Beine. Wir sehen uns, wie wir hier sehen. Ich habe hier ein paar Jahre. Ich habe hier ein paar Jahre gemacht. Ich habe hier ein paar Jahre gemacht. Ich habe hier ein paar Jahre gemacht. welche Lande ist das? Kolumbia. Und Mexico? Ja. Ich bin von Indien. Also, diese zwei Mädchen ist von Kolumbia. Was ist Ihr Name? Isabella. Und was ist Ihr Name? Lisbeth. Ich bin in Mexico City. Du magst du? Ja, sehr gut. Ich bin in Lee Meridian, in der Mitte der Stadt. Ja. Da ist eine große Tower. Ich weiß nicht, die Name der Tower. In Mexico City. Ist es ein Angel? Ist es ein Angel? Ja. Ist es ein Angel? Ja. Ist es ein Angel? Nein. Ist es ein Angel? Nein. Ist es ein Angel? Ist es ein Angel wie das? Echt? Die Oberfläche ist ein Angel? Vielleicht. Du hast jetzt gradu faites? Ja. Du hast hier gemacht? Ja! Du musst mich klicken? Canst du du? Ja! Du musst du dir cheimbres? Ja. Ja, das wäre doch gut. Okay. Okay, okay. Ich habe schon einen Geld verhamsenehm, damit ich die Beine von meiner Reicht. Ich habe eine Beine. Hier ist es etwas Misch. Ihr könnt mir auch ein Block sein. Es ist sehr wichtig. Das ist natürlich auch so. So, es ist nicht so, es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist so. Es ist so, es ist so. Es ist so. Es ist so. Ich bin einfach nur noch ein Video. Ich konnte nicht sehen, dass dieses Vloggerät alles gut gemacht. Wie ist das? Ich habe immer wieder einen Telefon, einen E-CAM-E-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R. Ich habe auch auch ein paar Bilder. Ich habe auch einen Mobile-Camer-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A. Das ist das auch interessant, aber auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ich habe ihn schon wieder. Jetzt sind wir noch etwas zu sehen. Ich habe es mit dem Lenster. Es ist aber gut. Sie sehen uns die Wenn der Bildung in der Kamera nach unten ist, dann mal in der Kamera. Vor der Bildung ist es RPA-dumbrech. Du hast dich nur einen Leid zu sehen. Wie soll deinem Ausdruck sein? Du hast dir als die Leid. Die Leidung des Ausdrucken. Der Leidung ist ein Leidung. Das ist eine Leidung. Das ist ein Leidung. Ich bin aber auch ein Leidung. Das ist ein Leidung. Das ist ein Leidung. Man, es da unten, der... Macho!